Der Ball hätte eigentlich gar nicht mehr verteidigt werden müssen und dadurch gibt's das Tor für Sturm. Der Kutus jetzt gegen Ramaglio, immer noch der Nigerianer, Quertparskort, Tor für Sturm. Und das ist der Seins-Zug. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich werten als Torschuss aufs Tor, aber es war zumindest der Ansatz dazu. Der Borgel springt der Ball wieder mal, viel zu weit weg vom Fuß. Esse. Mit seiner Dynamik und Wucht lässt er Ritzmeier stehen. Immer noch Esse. Ja, der Pass war eigentlich gut. Im LK ist er. Der ist heute nicht zu stoppen. Nur durch ein Foulspiel. Und das ist die rote Karte. Und diese Aufstellung hat es. Wieder einmal. Wieder. 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 Jösser. 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 Erstmals Auer. Marable Wright löst das gut. Jetzt die Möglichkeit für Röcher. Und das 1 zu 0 wieder der nächste Sturm durch Jöme. Schmeerböck. Potsmann. Easy. Schöner Chip. Und das ist, wenn wir mit Markus Schmitz. Doch der den Pass dann anbringt auf Esse, weil sich dieser geschickt verhält und den Körper gut rein stellt. Bei den Kratzern, der Tag läuft ja noch, über die Saison hinaus, Esse, 2-0! ... den Sprint ansetzen und Röcher das gleiche, der ist weit der Ball, aber er ist erreichbar und der ist im Tor! Durch Esse! Der ist weit der Ball, aber er ist erreichbar und der ist im Tor! ... durch... ... und Okugawa werden die Kürze hier ins Spiel kommen. M.E.K.E.S.E. ... werden die Kürze hier ins Spiel kommen. M.E.K.E.S.E. ... eigentlich auf die Seite spielen. Denn vorne bewegt sich keiner, prompt der Ballverlust. M.E.K.E.S.E. macht das allein oder wartet er auf Kiteshvili? Er wartet wohl, wie es aussieht und das war keine gute Idee. ... geschafft hat's. Esse tankt sich da wieder durch. ... und der nächste Möglichkeit! Tö! ... 3-Jährigen. Wasemmal leider. Der Pikkakietäjä. Sitten Avato Rapsialle quiht da. Das ist ein wenig Platz zwischen den linien. Gut gespielt von Ara! Und das ist das 2 zu 1 Durkensee. Was gespielt von Aller. Und das ist das 2 zu 1 Durkensee. Was gespielt von Aller. Und das ist das 2 zu 1 Durkensee. Das, was Sturm noch fehlt. Ese. Trotzdem geht es durch die Mitte. So dicht war sie dann gar nicht. Führt nämlich. Ese. Akrobatisch. Das zeichnet den Nigerien. Das, was gespielt von Aller. Was für ein Fehler gegen Ese. Das ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Das wäre es jetzt. Stavitski kommt in der Rangstung und geht es um den Muinose. Und dann der Platz! Und wieder so weit geht's! Da geht's! Wir gehen wir! Der nächste Ball geht's. Trafford, wie kann es auch. Wir gehen wir! Wir gehen wir! Wir gehen wir! Der nächste Ball geht's. Trafford, wie kann es auch. Wir gehen wir! Wir gehen wir! Oho, Mika! 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 Nütttulisi Talha! Das ist das, was er sagt! Mika jetzt ist der Ball! Mika jetzt ist der Ball! Kaffeein! Nütttulisi Talha! Das ist das, was er sagt! Mika jetzt ist der Ball! Niften schon wieder! Kaffeein! Der Freistoß gibt's, Schrammle mit der Flanke. ... Ylä-Tupa Harauttau Nurmoksen Nähne, pääsee keskittämään Taka-alueelle, Staviski Ese Forsman Torju ja Ese Itä!